Gelesen aus 365 mal eher von Wilhelm Busch, 24. Juni Die Liebe glaubt alles, 1. Korinther 13, Vers 7 Das ist ein schwieriges Wort, bei dem es leicht Missverständnisse gibt. Hier ist selbstverständlich nicht gesagt, dass wir alles, was die modernen falschen Propheten auf den Markt bringen, glauben sollen. Hier ist auch nicht gesagt, dass wir an das Gute in den Menschen glauben sollen. Das Widerspräche der ganzen Bibel, die erklärt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Was soll das bedeuten, die Liebe glaubt alles? Ich habe das Wort begreifen gelernt durch ein kleines Erlebnis. Als ich einst in einem riesigen Bergmannslager Besuche machte, knurrte mich ein junger Mann an. Was wollen Sie denn? Ich bin der evangelische Pfarrer. Na und, was wollen Sie denn von mir? In diesem Augenblick sah ich seine Augen. Die waren misstrauisch und abweisend, wie die eines Raubtiers, das im Dschungel auf seinen Jäger trifft. Erschrocken dachte ich, so weit haben wir Menschen es in dieser gefallenen Welt gebracht, dass wir uns wie Raubtiere begegnen. Aber handelte denn der junge Mann nicht klug? Wer meint es denn gut mit uns? Kann man denn anders handeln? Ja, man kann. Man kann es, wenn man den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes kennengelernt hat. Dann weiß man, mit ihm ist ein Neues in die Welt gekommen. Im Vertrauen auf Jesus darf ich es wagen, in Liebe mein Herz gegen die Menschen aufzuschließen. Nicht im Vertrauen auf die Menschen, sondern im Vertrauen auf Jesus dürfen wir alle Furcht, alles Misstrauen, alle Lieblosigkeit über Bord werfen. Herr, wir danken dir, dass man mit dir besser und anders leben darf. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich.